Nächster Video unter schweren Beschuss Der schwere Beschuss geht weiter Und die Leider Schwerer Beschuss Der Schupper 1, 2, 3 und schwerer Beschuss, Rakete zündet. Zurück, ein bisschen zurück, noch ein weiterer Okay, und jetzt schauen wir, ob das Auto in den Luft springt. Der Endbeschuss. Okay, zurück. Und jetzt schauen wir hin zum Auto. Komplett in die Luft gesprengt. Wir haben es endlich geschafft, nach Jahren. Ja, die Rakete war es. Super duper Rakete. Schönes Silvester.